Nächstes Mal, bitte dreimal, ja. Nächstes Mal dreimal... Mach ich das? Ach... Ach komm, Digga, scheiße! Purchase Your Ass Es ist Rule Der Boss, der entwälzt nur gute Figuren Macht gegen Potters, der weniger gute Lines, als verschiedene Frisuren Not bei deinen Haaren, kommt man ewig weiter Rätseln Denn du Timeskips in der Timeline, daher kommt deine Mähne Macht er überall mein Nein auf Smoke, Purple oder Lil Pump Doch sieht so aus, als wenn er bei nem für laute Video mitmacht Einmal macht er auf Rapunzel, danach dann auf Land Rider Ey, du hast hier nichts zu suchen, weil du dich nie in deinem Shit steigerst Du hörst auf dein Video, während deine Homies auf dich warten Deine Leistungen bleiben dumm, die sind so wie deine Haare Ich hab da einen Tipp, ich hoffe, du bist nicht sauer, wenn ich's sage Aber benutz mal Alpecin, das ist Toping für die Haare Dein Friseur braucht mal ne gescheite Arbeitsbelehrung Du bist der Inbegriff für die Diagrammen der Haarpflegewerbung Jetzt hab ich mich 16 Paar lang nur über deine Haare lustig gemacht Deine Karriere geht zu Bruch, weil du hast gegen Riff verkackt Zentrum Vielen Dank.